Okay, hier ist nichts mehr. Okay, der Schluss ist doch größer als man denkt. Wie schon erwähnt. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Hier hinten hin. Also wenn man so denkt, ey. Oh mein Gott. Er hat mich eingeholt. Wasserwicht. Okay, wir hauen ab. Kann man verteidigen? Natürlich nicht. So, der Armstern kommt raus. Alle müssen ins Bett. Oh mein Gott. Wir haben überlebt. Schnitzer. Oh, zwei von denen. Okay. Eben der Zorn. Das sieht schon geil aus. Oh, Feuerschaben. Oh, jawoll. Oh, wir haben es geschafft. Oh, eine Schatztruhe. Auf bin ich hergekommen. Knutschen wir eine Runde mit ihr. Kaltherzige Königin. Und Wetter, okay. Zapfenstreich. Oh, getäubt. Cool. Oh, was golden ist. Was golden ist. Flammenherz. Bam. Nice. Oh mein Gott. Wieder was golden ist. Wieder was golden ist. Flammenherz. Flammenherz noch mal. Und noch was goldenes. Alter, drei goldene Kugeln. Drei goldene Kugeln. Krass. Das sieht man auch recht wenig. Phönix-Trainer. Nehmen wir auch gerne mit. Hier gibt es keine Strahle, Männer. Ich habe mich angelogen. Ach, hier geht es runter. Hier geht es runter? Ne, ne? Astrolux. Hier geht es. Nein, wir gehen mal auf den hier. Sternenglanz. Oh mein Gott. Geh mir weg mit Sternenglanz. Autsch. Ich brauche jetzt gar nicht fliehen. Ich bin sorry. Was? Was? Ey, ich finde das so kacke. Der Heal ist doch da gewesen. Ey, das finde ich an diesem Spiel doch ein bisschen doof. Also muss ich von vorne anfangen. Äh. Äh, okay. Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe nicht wirklich viel Geld. Den ganzen Weg nochmal laufen. Wow. Das macht ja auch so viel Spaß. Ich glaube, wir machen auch mal längere Folgen raus. Ja, ich muss eigentlich trainieren gehen. Wann sind unsere Monster eigentlich viel zu schwach, habe ich das Gefühl? Also die ganzen Attacken hier oder so. Irgendwie was. Ist auch nicht das wahrer. Sternenglanz. Warte mal, wir haben doch auch Sternenglanz. Ah, ja klar. Auf dem Licht ist es natürlich nicht so gut. Donnerschlag. Okay, gibt das nicht. Wir haben jetzt zwei Mal Sternenlicht. Oh, oder was? Es dauert auch bis es... Oh, what the fuck? Oh, Tränschleier. Endlich mal zu einem passenden Zeitpunkt. Endlich mal zu einem passenden Zeitpunkt. Okay, ähm... Wir haben nicht wirklich viel AOE, ne? Nur sowas wie Unwetter. Wir brauchen dringend was Besseres. Unser Streich. Oh ja, Unser Streich ist natürlich sehr gut gegen Lichtmonster. Ja, man merkt. Man merkt schon. Dass unsere Monster doch ein wenig schwach sind. Beziehungsweise. Beziehungsweise, dass unsere Attacken einfach nicht... ...so kräftig sind wie von den Gegnern. So, wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Hier lang. Würde ich gerne... ...die Waffe upgraden, aber... ...es geht ja nicht. Muss ich wieder gegen die antreten? Nein. Es kommt zum Glück nur einer von denen. Okay, einer von jeder Seite. Sagen wir es mal so. So, wie, wie, wie läuft das jetzt hier? Da war doch ein Weg. Moment. Das kenne ich noch gar nicht. Hast du einen Strahlemann? Ne, ne? Ich glaube, hier gibt es keinen Strahlemann. Die haben mich ver... Die haben mich angelogen. Ah, ich finde, das Licht ist eigentlich das Falsche. Das ist eigentlich heilen. Aber der Heil ist... Aber wo, der Heile geht eigentlich. So, Zopfenstreich. Soll ich vielleicht mehrere? Ah, ich traf sogar alle. Rosa Nebel? Oh, verwirrt. Ah! So, einmal kurz zu umreifen. Sternenglanz. Komm, hau raus! Knüffel, hau raus! Okay. Geh down. Das ist noch du. So, Donnerschlag. Bam. Am besten wäre es, wenn er mit der Faust irgendwas macht, aber... Was soll's? Was soll's? Wir haben es geschafft! Schnauzerstein. Cheeseburger. Yay. So, hier ist ein Weg. Oh, mein Gott. Hab ich mich jetzt voll erschrocken. Einfach weiter, einfach weiter. Also, für die Leute, die Hirnangst haben, können da jetzt nicht hingucken. Definitiv. Die können da jetzt nicht hingucken. Boah, das könnte ich aber auch nicht. Hier muss was sein. Hier ist nix. Und da ist nämlich nichts. Geil. Jetzt haben wir einfach mal umsonst da hingelaufen. Hier geht's nichts. Hier geht's! So, Zopfenstreich. Oh, wir treffen nicht alle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, schade, wir treffen leider nur einen. Von denen. Magischer Verteidigung. So was bräuchten wir eigentlich. Erhöht die Verteidigung. Blabidob oder alle magische Verteidigung. Nicht auf Einzelnen. Einzelne ist immer doof. Ich will es ja schon auf alle haben. Mondkristall. Naja, wir müssen halt damit auskommen, was wir haben. Und müssen halt kämpfen, 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 kämpfen. Und das ist quasi unser Training zusätzlich. Diese Brise geht aber auch nur auf einen. Diese Brise macht gar nichts. Oh mein Gott. Okay, ich hab keinem King mehr. Holy moly. Okay. Okay. Kann das sein. Ah. Unsere Healerin ist versteinert. Auch gut. Okay, das halte ich nicht. Oh mein Gott. Ernsthaft. Ernsthaft. Ich hasse diese Monster. Jetzt schon. Ernsthaft. Ich hab die Versteigerung rausgehauen. Aber irgendwie wollen sie mich nicht... Wollen sie... Die hat doch noch gelebt. Ja, wir verlassen mal eben kurz das Elfenbeinturm. Aber irgendwie stimmt das aber auch nicht, was... Was hier steht. Äh, kannst du irgendwo landen? Äh. Tengri. Lande mal bitte. Wir müssen einkaufen gehen. Blas. Boah. Wenn ich das mal irgendwo kaufen könnte, ne? Ach, die Stingeln geht mir auch manchmal auf die Nerven. Das rutscht einfach nur von... Von so einem Mikrofon-Stückchen hier Ständer ab. Deswegen ist das Geklacke hier. Es tut mir aber auch leid. Ähm. Wieder nur vier. Aber besser als gar nichts. So. Ähm. Ich kann direkt nicht zum Elfenbeinturm... Ah. Das ist ein doof... Das ist ein bisschen doof gemacht. Das heißt, ich muss immer dorthin fliegen. Fliege ich jetzt automatisch dorthin? Oder? Oder... Nee. Muss ich mal reinfliegen. Der letzte Ort. Na? Der letzte Ort. Der letzte Ort. Wir könnten speichern und laden. Eigentlich wäre es gar nicht mal so schlecht. Verliehen wir halt keine Gulden. So, heißt das jetzt was anderes? Das ist noch das Kapitel der Weiße Königin. Ja, das ist eigentlich das letzte Kapitel. Gehe ich davon stark aus. Man merkt, man muss trainieren. Okay, Licht. Das heißt eigentlich... Ist... Ist... Döser Streich gar nicht mal so verkehrt. Sterne... Sternglanz bringt doch gar nichts. Das macht doch einfach kein Damage. Wir machen jetzt auch mal Unwetter. Oder auch nicht. Weil er einfach nicht das gemacht hat, was ich eingegeben habe. Dass wir schon unterbrochen waren. Astrolops haben wir ein bisschen größer streicht. Ja, wenn wir voll MP haben, dann ist es easy, ja. Aber nach einer Zeit. Sternenkerne. Ist aber nicht das, was ich brauche. Ich brauche was ganz anderes. Dieses Blasrohr brauche ich. Wir wollen immer noch zum Stern hin. Was? Der ist wieder da? Ja, geil. So, Wasserfall. Erstmal die magische Verteidigung erhöhen. Und jetzt haben wir auch die physische Verteidigung. Und Zapfenschreif. Oh, Zapfenschreif ist gut. Rot bedeutet, dass es effektiv ist. 200. So, geht mal auf Abwehr. So, Attacke. Das sollte ihn jetzt downhauen. Nein, noch nicht ganz. Komm schon. Zapfenschreif. Das reicht aus jetzt. Gott sei Dank. Sofie ist Ember B. Okay. Ich komme hier momentan auch nicht wirklich großartig weiter. Aber deswegen werden die Parts ja auch länger. Jetzt kommen die auch noch mal wieder. Jetzt ist die Frage. Der ist jetzt farblich anders. Was für eine Schwäche hast du denn? Was für eine Schwäche hast du denn? Auch Wasser. Okay. Ähm. So. So. So, Zopfenstreich. Werden wir alle ab. Okay. Hier kommt durch. Und der Zapfenschreif sollte ausreichen. Wenn er trifft. Wenn er trifft. So, Sternenglanz. Okay. Dann hauen wir direkt schon mal. Wir sind. Wenn denn das Licht hauen wir mal raus. Wir sind Licht oder was sind wir? Aufwind ist tatsächlich stärker im Akil. Aufwind ist tatsächlich stärker im Heer. Okay. Gobern ist unsere Heer. Okay. Ähm. Das was Sophie machen kann. Sie kann ja halt noch auch Effekte weg machen. Also Versteinerung, Gift und so glaube ich war das. Ich meine. So haben wir so einen Monolithen. Huh? Was war das? Ernsthaft? Hier? Der drüben ist einfach ein... Zum Heilen? Oh mein Gott. Und ich sterbe die ganze Zeit. Lauf doch mal. Lauf. Hier geht es auch noch weiter. Okay. Warte mal. Wir speichern doch mal hier. Und zwar... Hier. Das brauchen wir ja nicht mehr. Das ist ja noch zum Neuladen. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt sind wir einmal... Einmal rum oder wie jetzt? Ich bin verwirrt. Es ist... Es ist noch ein Teleporter da. Aber... Mir fehlen noch Wege. Da sind... Da könnten noch Thronen sein. Das ist das Problem. Es könnten noch Thronen... Sein. Da müssen wir warten jetzt hier. Wir müssen den Weg hier merken. Okay. Hier scheint wohl nichts mehr zu sein. Äh... Ich glaube, ich muss mal komplett... Andere Richtung gehen. Wir brauchen mehr AOE-Damage. Das ist zwar teilweise AOE, was ich hier mache. Wenn die in einer Reihe stehen. Okay. Jetzt nicht mehr. Das tut aber auch schon ein bisschen weh für die. Autsch. Was hast du denn da? Was haben wir denn da bekommen? So. Zoffenstreich. Haben wir einen Lux schon? Ne, ne? Nix da. Astrolux. Haben wir, glaube ich, nicht. Ich will aber diesen... Feuer-Typ, wie es aussieht. Der sieht auch cool aus. Sternenpeller. So. Okay. Das war's dir. Aber ich will noch mal komplett alles aufdecken. Ich glaube, auf der anderen Seite sieht es nicht anders aus. Aber da könnte trotzdem noch Thronen sein. Wie gesagt, die Parts werden länger. Also vielleicht ein Part wird extrem lang. Weil das Schloss nicht gerade klein ist. Und ich könnte das Projekt heute schon abschließen. Wenn ich das jetzt durchziehe. Und dann werden halt die Parts sehr, sehr lang. Aber in der Längestrecke will ich das aber auch nicht. Muss man ehrlich zugeben. So. Wir müssen gleich den anderen Weg gehen. Äh, ist die Frage. Muss ich jetzt irgendwas aktivieren? Oder wie genau stellen die sich das hier vor? Hier habe ich bis jetzt noch keine Strahle mehr gesehen. Also gehe ich davon aus, dass es die hier gar nicht gibt. Obwohl er von mir ist. Jetzt muss ich überlegen. Wo ist der Weg? Aber wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich könnte eigentlich dann... Auch raus suchen. So. Zapfenstreich. Ey. Jetzt klaut er mir auch noch mein... Mein Mob. Oder was? Komm, wir machen mal eine Runde Wasserfall. Das wäre schön, wenn das eine AOE-Damage ist. Aber leider nicht. Das ist eher der Gegenteil. Reiner Schein. Das scheint wohl auch irgendwas zu sein, um... irgendwas zu erhöhen. Ich hole mir so einen Buff. So, treffe ich beide. Das habe ich nicht. So, angreifen. Perfekt. Wir haben es geschafft. Meteoriten-Splitter. Das ist aber auch nicht das, was ich suche. Okay, ich bin wieder am Anfang. Wir gehen erst mal den ganzen Weg. Ich denke mal, davon gibt es bestimmt mehr. Wir haben ja hier angefangen zu untersuchen. Hier haben wir auch was Nettes gefunden. Wir gehen. Wir gehen einfach mal geradeaus durch. Wir gehen. Hier gehen wir. Das Monster kommt. Das Monster kommt, was wir brauchen. Esther. Jetzt bist du für's. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Glanz ist gegen Astrolops gar nicht so gut. Okay, bis dann. Letzte Strahle. Okay. Bis dann. Sanfter Schimmer. Oh, der heilt. Interessant. Letzte Strahle. Was kann ich sagen? Es ist ein Gift. Schau das! Schau das! So, böser Streich. Rosa Nebel. Ach, Verwirrung. So, böser Streich in der Rütter. Das reicht aber noch nicht aus. Fehlgeschlagen. Auch schön. Oliva, du bist einfach nur dumm. Du bist zu dumm, um irgendwas zu machen, ey. Du stirbst schon wieder. Wir müssen mal gucken, warte mal. Du hast ein Oi. Du hast ein Oi. Du hast kein Oi. Du hast auch kein Oi. Du hast auch kein Oi. Ähm... Du hast auch kein AOE. Du hast AOE, tierische Lärm ist AOE. Das müssen wir dort. Was passiert, wenn es die einfach mal tauscht? Ich denke mal, die wir noch trotzdem weiterhin gehen. Und Wetter. Ja. So, dann gucken wir mal. Was bekommen wir hier? Schloss öffnen. Ein Greifenkralle. Wer ist denn hier auf Krallen? Du, ne? Oh, das ist sogar schlechter. Genauigkeit sinkt. Moment. Okay. Passt. Wackelt da Luft. Wo bin ich denn jetzt? Wir gehen nochmal heilen. Wow. Wow. War der flink. Ich will auch gar nicht mit Oliver spüren. Obwohl. Tierischer Lärm. Wie viel macht das überhaupt? Wie viel macht das überhaupt? Oh. Ist auch ein ordentlicher Schaden. Abreibung. Was macht das? Oh. Oh. Er steckt einen magischen Eingriff an das Verbinden. Schnitter ist aber auch nicht von schlecht. Ere zahlen. Was? Ich habe das Ding jetzt eingesammelt. Oh mein Gott. Wir werden sowas von gerade vernichtet. Ja. Okay. Oh mein Gott. Das war knapp. Komm. Stirb doch. Okay. Hallo. Mistik. So. Einmal bitte das. Schießburger. Der Schießburger. Ach. Ich hasse das. Die Monster hier sind schon stark. Man merkt es. Ich muss eigentlich stundenlang trainieren. Ach. Scheiße. Auf jetzt. 315 Gulen.